Ich liebe den Briefkasten. Jo Leute, was geht ab? Ich habe die Sony A74 dabei mit dem Sony 50mm f1.8. Diese Linse habe ich schon mal beworben. Ich habe sie jetzt mir wieder gebraucht gekauft, weil ich hatte sie verkauft und sie kostete glaube ich 110 Euro. Ein absolutes Schnäppchen für die Blende und das, was sie kann. Ich sage euch noch mal meine Pro und Contra am Ende vom Video und gebe euch noch mal ein zwei Tipps. Also bleibt dran und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ein Kommentar ist mir weiterhin hängen geblieben und zwar hat irgendeiner kommentiert. Ich blende das mal kurz hier oben ein. Ich weiß nicht mehr genau den Wort laut, aber es wurde sowas gesagt wie, irgendwelche Leute laufen irgendwie durch die Straße, also muss es Streetfotografie sein. Und ich finde, der Kerl hat verdammt recht. Und ganz kurz noch mal eben, fotografieren ist Kunst und Kunst ist, egal was es ist, meinungsfrei. Cool. Mache ich auch mittlerweile ganz gerne, um noch mal ein bisschen mehr Tiefe ins Bild zu bekommen. Sie trägt erst mal einen Mülleimer. Kassel. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Habe ich noch nie gesehen, die Straße. Die sieht so richtig alt aus, auch die Gebäude. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao. Ayo Jay, can we get some Ratchet one time?